Ja, unser Job jetzt ist, einen Router einzubinden. Genauso wie wir, wenn wir zwei Subnetze hatten, die mit einem Router verbinden konnten, dass die wieder miteinander reden können, können wir das jetzt hier auch tun, nämlich mit einem beliebigen Router und dazu machen wir jetzt folgendes, wir bauen jetzt quasi das nach, was wir vorher mit zwei Switchen schon gebaut haben und das sieht jetzt auf einem Switch sehr seltsam aus. Was haben wir vorher gemacht? Wir haben vorher folgendes gemacht, wir haben gesagt, wir haben einen Router, der beide Subnetze verbinden möchte und dieser Router wird schlichtweg verbunden mit beiden Switches. Das heißt, das war das eine Subnetz, das war das andere Subnetz, hier haben wir Verbindungen gezogen und dieser Router hat die beiden Dinger verbunden. Das war der Stand bisher und genau das bauen wir jetzt quasi nach. Es sieht nur ultra-eigenartig aus, weil wir jetzt nur einen Switch haben. Können wir aber tun. Und zwar machen wir folgendes, wir verbinden diesen Router hier einfach zweimal mit dem Switch. Dieser Switch hat zwei Gigabit-Schnittstellen, die nehme ich jetzt mal dafür. Also die 01er und die 02er. Der Router hat auch zwei Gigabit-Schnittstellen, deswegen nehme ich die, das passt so schön. Also ziehe ich jetzt hier einfach mal eine zweite Leitung und zwar von Gigabit 02 auf 01. Die Nummerierung ist etwas blöd. Der hier zählt seine Gigabit-Schnittstellen von 0 an und der hier von 1 an. Das ist ein bisschen blöd, aber naja gut. Und das ist die Topologie, die wir dafür brauchen. Sieht komisch aus, funktioniert aber. Und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt hin und sagen, okay, du Router bekommst jetzt zwei Interfaces und zwar das eine Interface geht ins linke Netzwerk rein und dieses Subnetz hat den IP-Adressbereich 12.168.10 und hier kriegt er natürlich als Router wieder die 1. Das ist jetzt für das linke und das zweite Interface kriegt die 11.1, ist also zuständig für das rechte Subnetz. Jetzt müssen wir dem Switch aber noch beibringen, dass quasi das linke Interface im linken VLAN legen soll und das rechte Interface im rechten VLAN und auch das können wir relativ simpel machen, indem wir im Switch auf die entsprechenden Schnittstellen gehen, also jetzt die erste soll das linke VLAN sein und ihm hier sagen, okay, auch das ist per Default hier etwas blöde, weil man das mal aufziehen muss, aber gut. Linke Schnittstelle, die zum linken Teil des Routers geht, soll bitte in VLAN 10 liegen, also VLAN links und rechte Schnittstelle soll bitte im VLAN rechts liegen. Das war es im Grunde genommen schon. Wir sehen, ab dem Punkt geht immer Link Layer 1 schief, weil er quasi die Schnittstellen einmal neu startet. Man muss wieder ein bisschen warten und viel mehr müssen wir gar nicht tun. Das ist jetzt quasi die gleiche Topologie, die wir hatten mit zwei Switches, nur, dass wir quasi diesen zweiten Switch virtuell in einem Switch integrieren. Und auch jetzt können wir wieder das Spielchen machen. Ich schmeiß mal eben den PC6 zurück. Der hing an Schnittstelle 14. Sage ihm jetzt, er soll jetzt nicht im linken VLAN sein, sondern im rechten. Hänge ihn hier mal wieder drüber. Und im Prinzip funktioniert jetzt alles wie gehabt. Ich kann wieder untereinander pingen. Sagte ich und stellte fest, das geht doch nicht. Warum geht es nicht? Weil der noch seine alte IP-Adresse hat. Das heißt, ich muss hier wieder, weil er das Netzwerk gewechselt hat, eine neue IP-Adresse beziehen. Sonst funktioniert es nicht. Wir sehen, von 10 hat er jetzt auf 11 gewechselt. Dann funktionieren auch die Pings wieder. Das geht natürlich hier beliebig durch die Gegend. Und was auch funktioniert ist, den Router anpingen. Was jetzt auch funktioniert ist, zwischen den Netzwerken hin und her pingen, aber vielleicht nicht beim ersten Mal. Wir sehen Failed. Vielleicht erinnert man sich, das war wieder diese Sache mit, der Router hat noch seine ARP-Tables nicht voll. Wenn man das jetzt ein paar Mal hintereinander macht, geht das aber irgendwann. Das war dieser typische Bug, wo man sich immer fragt, was das denn soll. Also, der erste geht immer schief, weil der Router kennt noch per ARP nicht die Auflösung zwischen IP-Adresse und MAC-Adresse, hat das jetzt eingetragen und beim zweiten Mal funktioniert. Und wir haben wieder ein Netzwerk, in dem wir fleißig durch die Gegend pingen können und alle wieder miteinander reden können.